servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir wollen uns an dieser stelle mal anschauen ob sich rauslesen lässt ob die nerfs von blizzard in sachen mythisch plus was gebracht haben mir ist bewusst das ganze lässt sich natürlich nicht eins zu eins vergleichen da wir mittlerweile andere affix kombinationen und so weiter haben als in den vorwochen und diese woche war nicht tyrannical dabei gab es ja durchaus meistens boss nerfs in den letzten eine woche anderthalb deswegen das können wir jetzt nicht ganz ran ziehen als vergleich aber wir wollen jetzt in diesem video mal die fortified runs dieser season vergleichen das ganze passiert mit best keystone das ist eine seite die alle gelaufenen keys in world of warcraft aus allen regionen rankt lockt und insgesamt sind da allein in der abgelaufenen id glaube ich über 500.000 keys aufgelistet worden und daran lässt sich halt so ein bisschen ablesen womit tun sich die leute schwer womit nicht welche dungeons klappen gut welche nicht und wir können halt die abschlussraten so ein bisschen vergleichen und das sehen wir hier also success rate bedeutet in dem fall wie viele runs in time waren oder sind und das ist jetzt die übersicht der allerersten id mit fortified wir können hier alle wochen raus filtern de facto und das war auch die allererste woche mythisch plus der ersten season von dragonflight überhaupt und wir sehen schattenmond grabstätte easy peasy 97,8 prozent erfolgsrate ruft der sterne 74 prozent akademie von algathar 64,8 prozent es steht jetzt nicht dabei wie viel oder wie hoch die waren aber da es von plus 2 bis theoretisch plus 30 alles mitnimmt finde ich ist das schon relativ aussagekräftig da leute weiß ich nicht leute mit viel gear strugglen halt mit 19 markys und leute die nicht so viel gear haben können halt an 9 markys strugglen also ich denke da kann man schon ein bisschen was daraus ablesen welche dungeons wirklich knackpunkte sind und wir sehen alle anderen dungeons danach haben eine abschlussrate oder eine erfolgsrate von unter 50 prozent nokut 37,7 danach 32,2 halls of valor tempel der jade schlangen 29,5 ebenso wie azur blaues gewölbe und rubin lebensbecken 23,1 dazu muss man aber auch sagen könnte jetzt sagen gut die leute kennen die dungeons noch nicht so wirklich ist ja alles neu erste id gewesen und so weiter dementsprechend auch nur einer der neuen dungeons mit mehr als 50 prozent erfolgsrate okay gucken wir mal auf die zweite fortified id und ich vergleiche jetzt bewusst nicht fortified mit tyrannical da hier dann doch durchaus andere knackpunkte entstehen können noch aussagekräftiger wird die ganze geschichte wenn wir dann eine wiederholung der affixe haben ich finde da lässt sich dann noch mal ein bisschen besser ablesen vorerst müssen wir damit vorlieb nehmen also als nächstes kommen wir zur zweiten fortified woche beziehungsweise dann der dritten id überhaupt und wir sehen es hat sich ein bisschen was getan also an der spitze nicht shadow moon code of stars sind oben dann nach algezar das ist auch gleich geblieben die abschlussraten auch ungefähr ähnlich oder erfolgsraten aber dann nocute hat zumindest auf 59,7 geschafft die haben oder die ini hat einen sprung nach oben gemacht tempel der jade schlange ebenfalls prozentual besser genauso azurblaues gewölbe rubin lebensbecken heilen der tapferkeit jetzt auf dem letzten platz mit 33,5 aber alles in allem die success rate ist prozentual überall ein bisschen angestiegen oder sagen wir es in reinen prozentpunkten viel eher erfahrungswerte mehr gear whatever das kann durchaus eine rolle gespielt haben aber jetzt kommt die eigentlich interessante woche denn mit der fünften fortified woche also der der vergangenen id sind ja zahlreiche nerfs online gegangen und da schauen wir jetzt mal welchen einfluss das hatte also wir merken uns schattenmond code of stars algezar nocute tempel und dann kommen zwei neue dungeons und heilen der tapferkeit ganz hinten wie sieht das aktuell aus tatsächlich nicht so viel anders um nicht zu sagen genau gleich also die platzierungen sind gleich geblieben und die erfolgsraten sind teilweise wieder schlechter geworden also heilen der tapferkeit hat sich verschlechtert rubin lebensbecken auch alle anderen dungeons sind halbwegs so geblieben ich glaube algezar hat sich ab bissl verbessert aber man kann jetzt nicht sagen die nerfs hatten bislang super große auswirkungen auf die runs was wie gesagt denke ich durchaus damit zu tun hat dass wir eben nicht tyrannical also nicht tyrannisch hatten und die meisten nerfs an den bossen vorgenommen wurden aber es zeigt auch immer noch dass ein extrem krasses ungleichgewicht in sachen schwierigkeit der dungeons besteht also da muss blizzard meines erachtens nach noch mal ran schattenmonden grabstätte im vergleich zu allen anderen dungeons super easy code of stars ebenso algezar auch aber ich meine zwischen dem leichtesten und dem schwersten dungeon liegen in der erfolgsrate halt immer noch 64 prozentpunkte und das ist zu krass meiner meinung nach und auch ein blick auf die statistik kann man sich das durchaus angucken denn die seite ermöglicht es uns auch noch ältere runs anzugucken ihr könnt hier übrigens auch gucken welche klassen besonders beliebt sind welche die beste abschlussrate haben erfolgsrate und so weiter und so fort falls euch das interessiert na so ging das dann nicht als letztes mal noch drin war konnte man auch shadowlands mit rein nehmen ach so hier da müsst ihr halt auch noch gucken mit den einstellungen ob ihr nur keys die höher als bbbb sind oder nicht da könnt ihr auch noch rum wählen ich gebe jetzt einfach mal 21 wochen da müsste shadowlands dann auch noch mit drin sein und wenn wir da jetzt mal gucken weiß nicht raging nehmen wir fortified raging explosive ist tatsächlich sogar noch ein bisschen schwieriger als volcanic beispielsweise oder wie hier quaking und hier sehen wir dass eben nicht so krasse diskrepanzen zwischen den dungeons liegen 94 prozent der beste 58 prozent erfolgsrate der schlechteste klar lässt sich jetzt nicht hundertprozentig vergleichen aber hier lagen die dungeons von der schwierigkeit eher noch näher beieinander und in der letzten fortified woche von shadowlands sehen wir dann dass es sogar noch enger beieinander ist hängt natürlich auch immer ein bisschen von den affixen ab aber hier war die balance dann besser 80 prozent erfolgsrate cara lower 96 prozent mechagon schrottplatz also wir sehen da lagen die dungeons wirklich viel 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 näher beieinander wenn wir jetzt mal ganz weit zurück gehen äh nicht ist das noch season welches season ist ah ne ist schon ist noch dieselbe season okay ähm wir sehen halt immer zu beginn einer season ja liegen die dungeons weiter auseinander aber das zeigt ja auch hier in der season gab es auch immer noch mal balancing anpassung und so weiter und so fort also dementsprechend gehe ich stark davon aus dass blizzard da noch was machen wird in der aktuellen season weil wie ihr seht der unterschied in sachen äh abschlussquote erfolgsrate ist halt doch auch im vergleich zu shadowland seasons ziemlich krass im moment und damit dank fürs zusehen schreibt mir gerne in die kommentare was sagt ihr welcher dungeon ist noch aktuell viel zu schwer und damit bis zum nächsten video habt ne gute zeit und reingehauen bis zum nächsten Video